Beim Release der Chocolate Cards in Cookies & Cream Geschmack gab es ab einem bestimmten Warenwert diese Sorte gratis dazu. Die Cookies duften herrlich nach Kakao und dunkler Schokolade. Die Kekse weisen eine knusprige Konsistenz auf. Die dunkle Schokolade hat eine leicht knackige Textur. Es mag zunächst ein bisschen paradox wirken, aber man bekommt hier wirklich einen Kakao-Geschmack sowie einen richtig angenehmen schokoladigen Flavor. Es ist überhaupt nicht bitter und ich finde es vom Süßgrad hier auch nicht too much. Es ist angenehm. Die Konsistenz der Kekse sind super knusprig. Die Schokolade hat eine sehr zart schmelzende Textur. Eine absolut leckere Angelegenheit. Ich hoffe, dass Moor diese Chocolate Cards in dieser Sorte auch noch in den Job bringen wird.